Hallo, ich bin so ein schöner, aber guck mal, was ich für tolle Zähne habe. Wie heißt der hier noch? Ich komme jetzt auch nicht drauf, muss gleich mal schauen. Grausam ja nicht, sag mal, was sagt die denn hier? Ach, was sagt die denn? Guck mal, zeig uns doch mal. Einzigartig, einzigartig.